Die Vorwärtsrolle über den Gürtel. Bei der Vorwärtsrolle über den Gürtel ist es ganz wichtig, dass ihr euch groß macht, weil wenn ihr euch ganz klein macht und die Hand hinter den Gürtel legt, also auf eurer Seite und euch jetzt zu klein macht, dann passiert das hier. Ihr habt gesehen, der Marcel hat den Gürtel berührt. Wir wollen aber die Rolle über den Gürtel machen. Also ist es wichtig, dass die eine Hand auf die andere Seite gelegt wird und ihr jetzt auch viel Schwung nehmt und euch groß macht bei der Rolle. Eins, zwei und jawohl. Ihr habt gesehen, Marcel hat den Gürtel nicht berührt. Jetzt kann man das Ganze auch etwas schwieriger machen und mit Gehen vorher. Wer sich das zutraut, geht auf den Gürtel hinzu und hopp, kommt die Rolle.